Willkommen zum Seminar Zeitmanagement und Selbstorganisation im Homeoffice. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Homeoffice und mobiles Arbeiten breiten sich rasant in der Arbeitswelt aus. Die Vorteile liegen auf der Hand, Mitarbeiter können sich ihre eigene Zeit flexibel einteilen, auch aus der Ferne für ihr Unternehmen-Dasein und Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Homeoffice bringt jedoch auch etliche Herausforderungen mit sich. Ein gutes Zeit- und Selbstmanagement sowie eine besondere Form der Eigenmotivation sind erforderlich, um effizient und ressourcenschonend zu arbeiten. Wie strukturieren Homeoffice-Profis sich selbst, ihren Tag und ihre Aufgaben? Wie bleiben sie auch aus der Ferne mit ihrem Team in Kontakt? Wie werden berufliche und private Angelegenheiten, die unweigerlich aufeinander stoßen, geschickt ausbalanciert? In unserem Seminar lernen Sie, die besonderen Herausforderungen des Homeoffice zu meistern und sich auch außerhalb des Büros auf das Wesentliche zu fokussieren. Wir zeigen Ihnen nützliche Methoden und geben erprobte Praxistipps, die Ihnen dabei helfen, zu Hause genauso effizient und motiviert zu arbeiten wie im Büro. Abgerundet wird unser Seminar für Homeofficer mit aktuellen Tools für erfolgreiches Teamwork im Homeoffice. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen, Bewegt.